Hallo zusammen. Ja, wie ihr merkt, sind wir gerade im Auto. Ich bin auf dem Weg in meine Lieblingspfarrei. Die Pfarrei, in der meine ersten Videos entstanden sind. Die Pfarrei, in der Popcorn entstanden ist. Viele haben mich gefragt, hey, wie sieht es denn aus? Kommst du jemals wieder in diese Kirche? Kommst du wieder an die Orgel? Ja. Und das Schöne ist, ich habe heute erfahren, dass die Arbeiten schon recht weit fortgeschritten sind und dass wir über kurz oder lang tatsächlich wieder ran können. Und davon möchte ich mich heute selbst überzeugen. Ich nehme euch mit. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Bis gleich. Hallo zusammen. Ihr erinnert euch sicher noch, wie ich euch das letzte Mal, leider sehr traurig, meine Kirche gezeigt habe. Die hat damals so ausgesehen. Jetzt schaut euch die heute an. Ich zeige euch mal ein paar kurze Bilder. Schaut euch das doch mal an. Ist das nicht hervorragend? Es ist richtig unglaublich, was so ein bisschen weiße Farbe alles anstellen kann. Wie toll ist das denn jetzt? Und eine ganz besondere Sache kann ich euch heute auch noch erzählen. Ich habe durch Zufall, weil ich mit dem Orgelbauer wegen einer ganz anderen Sache telefoniert habe, mit ihm geredet und ihm erzählt, dass hier in der Kirche ein Riesengerüst steht. Und dabei sind wir beide auf den Punkt gekommen, dass man hier an die Orgel, ihr seht sie ja hier im Hintergrund, eigentlich gar nicht rankommt, weil die auf einem Balkon ist. Ja, und so kommt eins zum anderen. Gerüst in der Kirche, eh schon aufgebaut. Man müsste, um an die Prospektpfeifen zu kommen, um sie zu intonieren oder zu reinigen, von vorne mit einem Gerüst ran. Na, was liegt dann näher, wenn das Gerüst schon da ist? Nutzen wir es doch gleich. Ich habe das Ganze angestoßen und ich kann wirklich mit Stolz erzählen und berichten, jetzt, wo die Kirche fertig ist und damit zu rechnen ist, dass auch kein großartiger Dreck mehr in der Luft rumschwirrt, bekommen wir eine Orgelreinigung. Das letzte Mal ist, soweit ich weiß, vor 20 Jahren diese Reinigung durchgeführt worden. Ihr könnt euch vorstellen, was da hinten drin für ein Dreck ist, allein wenn ihr daran denkt, wie hier die Wände ausgesehen haben. Wir bekommen eine Orgelreinigung. Die Pfeifen, und zwar alle 1500 Pfeifen, werden rausgenommen, werden gereinigt, werden wieder eingesetzt, neu intoniert, wenn nötig. Und dann haben wir hoffentlich in ein paar Wochen wieder eine wunderschöne Orgel in einen schönen, hellen, neuen Kirchenraum. Neu. Ich halte euch auch weiterhin auf dem Laufenden. Vielleicht gelingt es mir, zwischendurch hier einen Zwischenstand zu zeigen, wie es da oben aussieht. Ansonsten hoffe ich, dass ihr genauso neugierig seid wie ich, wie es dann hinterher aussieht. Und eins dürft ihr mir glauben. Sobald hier alles aufgeräumt ist und die Orgel tipptopp in Ordnung ist, da vergehen keine 24 Stunden. Und dann sitze ich da wieder dran. Also, bis dahin. Und wenn es wirklich notwendig ist, weil es doch noch so lange dauert, zeige ich euch vielleicht das ein oder andere Video aus der Nachbarkirche, in der ich ja jetzt neuerdings auch spielen darf. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute, eine schöne Zeit und bis bald auch aus dieser Kirche wieder.